Die Tür angeht, ob er was wissen will. Ich meine, ich meine, will es wissen. Ich habe aber ganz gut angefangen. Die erste Kurve ist ja schnell unterwegs. Da fällt er mit, dass ich wang. Hallo, aber jetzt ist ein wenig ein Abweg. Okay, das ist... Alles. Und als nächstes kann sich dann schon richten, der Ahu an Alexander, der fährt auch mit dem MST. Genau so cool sein, die so einfach zu tun ist. Ihr seht, die Dinger gehen auch gut. Es ist rumpelfrei im Anfang. Aber wenn ich nicht fahre, ich bin bei einem zweiten Abschluss. Steht schon bei uns, ist der Nächste. Und dann kann sich richten, der Urner Dominik. Alles rund um Beigeut. Natürlich ansprechbar. Die Urteam sind der Ostpark. Ja. 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 Ich bin der Mann zu, oder? Ich bin der Mann zu, oder? Ich bin der Mann zu, oder? Ja. 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 Ich bin der Mann zu, oder? Ja. Ja. Ja, ich bin der Mann. Das ist ein Räder, was wir hier wohnen, was wir hier haben. Wir stehen in Räder, was wir hier haben, wie wir hier haben. Wir stehen in Räder, wo wir hier haben. Wir stehen in Räder, wo wir hier oben stehen. Und das nächste ganze Richtung, ich glaube, wir haben eben gesagt, ich glaube, das ist wirklich ein rüberender Aufrät abgerufen. Letztes Jahr sind die letzten Jahre, wir haben schon mal mehr. In dieser Klasse haben wir dann Bierstadt, Kärnberger und Paulig, die vier können schon reinkommen. Das ist der Nenter E-Mess von Hachenspärten-Schwaner, die hat 1 über 14 Minuten vom Weg zum Frühstab. Wir sind Schläger Christoph, haben wir schon gesehen. Die Haare. Die nächste Gasse ist an die Motorhau, die sind 125 und über 125. Wer noch nicht gemeldet hat, bitte. Wir bringen ein herzliches Dankeschön auf den E-Mess von Hübschel. Ja, und jetzt wird die Vorbereitung von Hübschel in Paris und die Südlochstraße auch ganz froh. Danke, Leute. Ich bin in der Klasse mit dem Bundeskanzler-Hobbies, die Sie im Unterricht haben, die haben auch geschlossen. Wir haben hier einen kleinen Tassen, aber es ist sicher. Ich bin hier als ein Schleuner-Hobbies aufbauen. Wir haben hier als Schleuner-Hobbies aufbauen. Und hier ist nichts passiert. Aber wir haben uns das ja mal herabbatiert. Wir haben hier. Das habe ich jetzt schon geschüttelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017